live gibt es in der tat natürlich schon sehr sehr lange seit 50 60 jahren aber ich finde heutzutage wird live streaming noch viel zu oft so gemacht wie live tv gemacht worden ist über jahrzehnte mit einer eindimensionalen senderichtung mit wenig community und zuschauer engagement und ich glaube gerade da liegen wahnsinnig viele chancen auch für den journalismus und diese chancen sollte man besser spielen es fehlt aber an formaten und ideen aber vielleicht kommen die ja bald